Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Tja, ihr seht schon, es gibt mal wieder ein bisschen Studioaufbau, denn wir haben es Sonntag, draußen regnet es, also alles andere als optimales Wetter für die Landschaftsfotografie. Und bei einem Blick in den Kühlschrank heute Morgen ist mir aufgefallen, ich habe noch so ein angefangenes Paket Sushi stehen und zack, schoss mir natürlich gleich eine Fotoidee in den Kopf. Ja, und was habe ich gemacht? Na klar, ab ins Studio und ein bisschen fotografiert. Rausgekommen ist dabei dieses Foto hier. Tja, und wie du ziemlich einfach zu Hause solche oder ein ähnliches Foto machen kannst, das zeige ich dir natürlich in diesem Video. Sonntagnachmittag, es regnet in Strömen, das heißt Landschaftsfotografie fällt auch irgendwie aus. Außerdem haben wir 0 Grad, naja, da bleibt man vielleicht auch lieber zu Hause. Und beim Blick in den Kühlschrank zum Frühstück ist mir aufgefallen, vom Vortag gibt es hier noch so eine halb angefangene Sushi-Box. Ich habe ja Glück, ich mag ja Sushi meine Frau nicht, das heißt für mich ist dann immer mehr übrig. Ja, da war natürlich mal eine Idee, hey, was machst du heute? Na klar, halbe Packung Sushi, da gibt es eine Fotoidee. Und zwar ist dabei rausgekommen dieses Foto hier. Ihr seht es jetzt natürlich schon, denn ich habe ja den Vorteil, dass ich das Foto jetzt schon für euch gemacht habe und es euch zeigen kann, worum es überhaupt geht in diesem Video. Als kleine Anmerkung, die Fotoideen, die ich euch natürlich zeige, müsst ihr ja nicht eins zu eins nachstellen. Es soll immer nur so eine Anregung geben, Tja, wie könnte es denn sein? Wie könnte es fotografiert worden sein? Wie hat er das gemacht? Und das Ganze soll dann als Anregung für euch dienen, falls ihr was Eigenes fotografieren sollt. Was habe ich aber verwendet für mein heutiges Foto? Erstmal brauche ich natürlich einen Grundsetaufbau. Der Grundsetaufbau besteht natürlich aus einer Unterlage und aus einem Hintergrund. Beides in Flatlay von der Form Alenza. Das heißt Flatlay, hier soll ich ein Pappkarton, ein verstärkter und auch ganz wichtig, auch für dieses Foto ganz wichtig, abwischbar. Dann werden wir nachher ein bisschen auch herumkleckern. Und das ist natürlich wichtig, dass du das Ganze einmal für euch abwischen kannst und deine Unterlage danach auch weiterverwenden kannst. Meinen Hintergrund habe ich aufgespannt bereits. Ihr seht es hier oben mit zwei Klammern. Auch auf dem Hintergrundspannsystem beziehungsweise auf dem Hintergrundgeidensystem von der Firma Landside. Auch das habe ich euch ja schon ausreichend vorgestellt. Hat aber auch hier den Vorteil, ihr seht, dass ich halt über meinen Tisch rüberkomme. Die Tischplatte ist noch längst nicht zu Ende hier hinten. Hat einen großen Vorteil halt. Das Ganze funktioniert auch super. Als Untergrund habe ich mich auch für Stein entschieden. Auch hier ein Flatlay. Das schieben wir einfach unter unseren Hintergrund. Ganz wichtig, dass ihr hier keinen Lichtspalt habt. Das sieht nachher unschön auf dem Foto aus. Ihr solltet also zum Beispiel euer Hintergrundsystem so ausrichten, dass es lichtdicht abschließt. Tja, und passend zum Stein habe ich mir natürlich überlegt, ja, was ist denn da? Passend eine Schieferplatte. Das ist eine Dekoplatte. Tatsächlich auch für Lebensmittel oder auch für andere Dekozwecke gibt es sowas zu kaufen in Ein-Euro-Läden, in Bastelläden. Ich nutze es tatsächlich zum Servieren von Sushi. Und deswegen habe ich gedacht, na klar, Platte hast du da, die nimmst du. Das müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt auch einen Teller nehmen. Ein Holzbrett passt natürlich auch dazu. Bambus passt immer dazu. Je nachdem, was ihr da habt. Ich habe die Platte da aus Schiefer und deswegen nutzen wir sie. Tja, dann mein Sushi. Und zusätzlich habe ich noch ein offenes Paketchen Partygarnelen. Da bin ich auch ein großer Freund von gefunden. Und das wird nachher quasi, ja, unser Hauptmotiv. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen was drumrum. Ich habe zusätzlich als Deko, um so einen kleinen Farbtupfer von Grün noch mit ins Bild zu bekommen, hier zwei Dekopflanzen. Es ist jetzt von mir nur eine Idee. Die werden sich nachher hier im Hintergrund befinden, um einfach nochmal so einen kleinen Störer ins Bild zu bringen. Im Hintergrund, wo vielleicht auch der Blick so ein bisschen hinschweift. Und sie bringen halt ein bisschen Grün, also so einen kleinen Farbtupfer, noch mit ins Foto. So zumindest war meine Idee. Tja, was brauchen wir dann noch? Ich habe natürlich Essstäbchen. Die gehören dazu. In solchen Packungen sind ja meist Holzstäbchen drin. Da ich ja viel Sushi esse, habe ich mir natürlich auch mal ein paar Essstäbchen hier zugelegt. Und deswegen nutze ich die auch für mein Foto. So, dann brauchen wir zusätzlich noch etwas, wo wir nachher ein bisschen mit schummeln können. Das sind nämlich solche Holzstäbchen, Schaschlik-Spieße. Die hat vielleicht der eine oder andere von euch im Haus. Ich habe immer eine große Packung da. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Grillen. Meine Waage bestätigt das auch irgendwie. Ich esse, glaube ich, zu viel. So, ihr Lieben, das brauchen wir. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zubehör. Wir brauchen, ein bisschen Soße habe ich jetzt genommen, die gehört ja nachher dazu. Und was wir brauchen, wir brauchen, natürlich außer Licht, was ich hier gerade mit dem Ellenbogen weggeschubst habe, wir brauchen helfende Hände. Die sind nämlich ganz wichtig. Tja, jetzt seid ihr vielleicht alleine, macht euer Foto alleine. Dann wird es schwierig mit den helfenden Händen. Aber Witz beiseite. Diese Teile hier heißen wirklich helfende Hände. Und zwar sind es solche Tischklemmen mit entsprechend drei oder mehr Armen gibt es die. Ich habe die mit drei Armen. Und die könnt ihr dann zum Beispiel an eurer Tischplatte fixieren mit einer Schraube. Und dann, also das ist eine Klemme, müsst ihr nicht reinschrauben in die Tischplatte. Und dann habt ihr hier helfende Hände mit entsprechend hier vorne Klammern dran. Und damit halten wir nachher unsere Stäbchen. Aber da kommen wir gleich zu. Ich habe von diesen helfenden Händen zwei Stück. Wer die noch nicht kennt, ich verlinke euch die natürlich alles. Wie immer auch unten in der Videobeschreibung. So, und zusätzlich habe ich noch zwei Batterien. Die Batterien sind nicht zwingend notwendig. Ich habe sie jetzt aber quasi einfach nur gegriffen und genommen. Wofür ihr die braucht, das zeige ich euch gleich. Und wir brauchen Licht. Wir werden nicht blitzen, sondern ich arbeite mit Dauerlicht. Und zwar mit einem LED-Panel. Genau genommen mit zwei, die ich gegenüberstelle. Diese LED-Panel habt ihr schon öfter jetzt bei mir in den Videos gesehen. Ich mag sie und habe mittlerweile auch schon sechs Stück davon, weil sie absolut praktisch sind. Ich kann sie nämlich nicht nur im Netzbetrieb verwenden, sondern ich kann auch zwei Akkus hinten rein machen. Diese Sony NP-Akkus. Ich kann die Lichttemperatur von ganz warm auf ganz kalt stellen. Und was mir am allerbesten gefällt, es gibt eine Fernbedienung dazu. Und ich kann meine LED-Panels damit koppeln. Das heißt, ich kann sogar Gruppen erstellen. Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich zwei Lichter jetzt gerade an. Die habe ich zu einer Gruppe erstellt und kann jetzt mit einer Fernbedienung die zum Beispiel ausschalten oder wieder einschalten. Ich kann die Farbtemperatur ändern. Und zwar kann ich sie sehr warm machen, aber in meinem Fall brauche ich jetzt sehr kaltes Licht. Schöne LED-Panels und die nutze ich viel für meine kreativen Foto-RD mittlerweile, weil ich sie eben koppeln kann. Ich muss dann nicht von der Kamera mal weg und alles. Kann ich dann irgendwie mit der Fernbedienung lösen. Auch das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung, ihr Lieben. Tja, das war es an Zubehör. Was wir brauchen, ihr seht es gar nicht viel. Wir brauchen eine Lichtquelle, wir brauchen ein Hauptmotiv, in meinem Fall Sushi. Wir brauchen ein paar hauende Hände, ein paar haltende Hände, natürlich ein paar hälfende Hände. Und wir brauchen einen Hintergrund und eine Unterlage. All das haben wir. Und jetzt fangen wir mal an, unser Bild aufzubauen. Als erstes unser Grundset-Aufbau. Dafür drapieren wir die Schieferplatte. Die Schieferplatte möchte ich jetzt aber nicht flach auf den Boden legen, denn da geht sie mir zu sehr unter, sondern ich möchte sie so ein bisschen angekippt. Das heißt, den Eindruck erwecken, dass sie vielleicht auch schweben bzw. sich in der Bewegung befinden würde. Genau dafür nutze ich jetzt einfach meine Batterien, lege hier hinten eine unter und stelle dann hier vorne, auch hochkant, noch eine drunter quasi als Stütze. Und jetzt haben wir das Schieferbrett so angeschrägt, dass es aussieht, als würde es gleich auch auf unsere Unterlage fallen oder im Raum schweben. Wie das Ganze jetzt aussieht, noch ohne Lichtsetzung, zeige ich euch mal. Denn ich habe die Kamera natürlich schon ausgerichtet und wir machen hier unser erstes Foto. Schieferplatte ist jetzt also perfekt drapiert. Sie ist leicht angekippt und auch im Hintergrund habe ich jetzt hier schon meine kleinen Pflanzen, diesen kleinen Grünstich, den ich noch haben möchte, dieses Tüpfelchen von einer anderen Farbe, schon drapiert. Das ist auch wichtig, dass ihr das jetzt komplett einrichtet. Die Pflanzen im Hintergrund haben auch nochmal den Nutzen, dass wir diese gerade Kante, die sich natürlich ganz hinten befindet, die brechen wir damit nochmal ein bisschen. Also quasi nochmal so ein kleiner Störer auch im Hintergrund unseres Fotos. So, jetzt brauchen wir unsere helfenden Hände natürlich fürs Foto. Ihr seht, auf der gegenüberliegenden Seite habe ich sie schon montiert. Das mache ich jetzt auf der Seite hier auch noch. Diese helfenden Hände, die gibt es übrigens in unterschiedlich vielen Armvarianten. Ich glaube, die gibt es auch mit fünf und nur mit zwei Armen und nur mit einem Arm. Ich fand die Dreierkombination jetzt hier eigentlich am besten. Das Ganze mit einer Klemme angeschraubt an die Tischplatte und dann könnt ihr eure helfenden Hände hier ähnlich wie beim Gorillapod entsprechend ausrichten. Wie gesagt, am Ende sind hier solche Klammern dran. Das wäre jetzt mein Grund-Z-Aufbau. Der muss auch tatsächlich so stehen bleiben. Das heißt, wenn ihr vielleicht eine rutschige Tischplatte habt, dann fixiert das Ganze nochmal, denn auf unseren finalen Fotos, wir werden nämlich mehrere machen, muss das immer gleich bleiben. Jetzt brauchen wir Licht. Dafür nutzen wir LED. Habe ich euch ja gesagt, es wird nicht geblitzt. Ich nutze zwei von diesen LED-Panels. Ihr könnt natürlich jede beliebige Lichtquelle nehmen, um das Ganze seitlich auszuleuchten. Auf dem finalen Foto, habt ihr es ja gesehen, hat das Ganze so eine leichte Vignette. Wenn ich jetzt meine LED-Lampe anmachen würde, hätten wir natürlich das Problem, dass auch mein Hintergrund, denn Licht streut ja, dass das entsprechend komplett ausgeleuchtet wäre. Das können wir aber ganz einfach machen, indem wir unser Licht ein bisschen formen. Dafür sind natürlich solche LED-Strahler erstmal nicht unbedingt ausgelegt, aber ein bisschen Bastelpappe, Bastelkarton und ein bisschen Paketklebeband und schon können wir das Problem beheben. Da machen wir uns nämlich hier einfach ein Lichtformer draus, kleben das Ganze hier einfach hinten gegen und schon können wir unser Licht lenken. Schon streut das Licht nicht mehr direkt auf unseren Hintergrund, sondern je nachdem, wie wir jetzt unser LED hier bewegen. Ihr seht es auch, da fällt gleich ein Schatten hinten drauf und das ist der große Vorteil, dass unser Licht jetzt entsprechend abstrahlt beziehungsweise wir es abschatten können. Beide LEDs habe ich jetzt installiert. Ihr seht, vom Lichteinfall ist es auf gleicher Höhe wie meine Schieferplatte und auch die helfenden Hände. Und ihr seht jetzt schon, dass der Hintergrund natürlich sehr stark ausgestrahlt ist. Ich zeige euch hier mal das Foto, was wir machen, wenn wir jetzt aktuell fotografieren. Wenn wir jetzt einfach nur unsere Pappe einklappen und damit den Hintergrund in dem Bereich, in dem seitlichen, ein bisschen abschatten, haben wir gleich ein ganz anderes Bildergebnis. Ziemlich kostengünstige Lösung und funktioniert perfekt. Unser Hauptlicht liegt jetzt hier vorne und der Hintergrund hat eine schöne Vignette. Auch hier zeige ich euch mal, wie es aussieht, nur allein mit der Veränderung durch diese Pappe. Grundeinstellungen, Licht und alles an Setting ist eingestellt. Wichtig ist, dass ihr jetzt nicht mehr die Kameraeinstellungen verändert, sondern tatsächlich so in diesem Aufbau mit eurem kompletten Licht das erste Foto macht. Auch ganz wichtig, nehmt einen manuellen Weißabgleich. Denn es kann nachher sein, dass in einer Reihe von Fotos, da wir ja zusätzliche Elemente jetzt noch ins Foto einbringen werden, der Weißabgleich ein bisschen daneben liegen kann. Und das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen genau den gleichen Weißabgleich für jedes Foto. Das heißt, Grundeinstellungen, erstes Foto machen und dann kommen wir zum weiteren Aufbau. Als nächstes drapieren wir jetzt natürlich unsere Essstäbchen. Dafür nutzen wir hier unsere helfenden Hände, klemmen das erste Essstäbchen ein und das zweite. Das Ganze schon mal so ein bisschen grob ausgerichtet übereinander. Ihr seht hier, durch diese Einstellung kann man das natürlich super hin drapieren. So, hier wären schon mal unsere Essstäbchen im Bild. Als nächstes brauchen wir jetzt natürlich unser Sushi. So, dann nehmen wir uns mal hier ein erstes Sushi-Röllchen und auch das muss natürlich entsprechend drapiert werden. Das machen wir aber von der gegenüberliegenden Seite, damit hier natürlich das Holzstäbchen nicht irgendwo im Bild ist. Also nächstes Röllchen, das piksen wir einfach hier dann auf einen Holzstab auf und drapieren das Ganze von der gegenüberliegenden Seite. Auch hier ganz einfach einklemmen und dann so hin drapieren, dass es quasi zwischen unseren Essstäbchen sitzt. So, genau. Und dann sieht es schon so aus, als ob die beiden Essstäbchen hier unser Röllchen halten. Ja, ziemlich geniale Sache mit diesen helfenden Händen. So, auf dem Boden wollen wir natürlich auch einmal Sushi hin drapieren. Mal gucken, ob ich das jetzt hier rausbekomme, ohne es groß kaputt zu machen. Und zwar setzen wir uns ein Sushi hier unten, auch in der Mitte. Ganz wichtig, alles auf einer Höhe. Und dann drapieren wir noch ein bisschen Sushi dazu. Vielleicht noch eins davor, eins dahinter. Je nachdem, wie euch das gefällt. Und da macht es sich jetzt auch nicht, wenn das vorne und hinten unscharf ist, sondern das erzeugt natürlich so eine gewisse Tiefe im Foto. Ja, jetzt machen wir weiter. Und zwar wollten wir ja noch ein paar mehr von diesen Röllchen haben. Auch die spießen wir jetzt ein zweites auf und nutzen dafür dann wieder eine helfende Hand. Ganz wichtig, dass ihr hier nicht durchsteckt, sondern das Ganze muss entsprechend. So, jetzt nehmen wir mal hier von der gegenüberliegenden Seite nochmal eine helfende Hand. Und dann müsst ihr natürlich immer aufpassen, wie sich das Ganze hier am besten hin drapiert. Ah, das ist ein bisschen verrutscht. Das macht aber nichts, weil wir haben ja genügend Zeit, um es entsprechend wieder hinzudrapieren. So, und schon haben wir hier unser zweites Sushi-Röllchen. Tja, jetzt möchte ich noch eine Partygarnele hin drapieren. Auch das können wir natürlich machen. Nehmen wir uns eine Partygarnele. Auch die spießen wir hier auf und können uns eine nächste helfende Hand nehmen. Das ist schon gut, wenn man so helfende Hände hat. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, ihr Lieben, jetzt habe ich das Ganze natürlich ein bisschen verdreht. Ah, nehmen wir wieder auf die gleiche Höhe. Das müsst ihr euch so ein bisschen hinfummeln, bis es so passt, wie man sich das vorstellt. So, helfende Hand wieder nochmal ein bisschen ausgerichtet, nach oben, zack. So, hier ist unsere Partygarnele jetzt dazwischen. Ja, und jetzt würde ich vielleicht tatsächlich noch die letzte helfende Hand auch nutzen, um noch ein weiteres Stück Sushi damit zu befestigen. Auch das machen wir mal. Das pieksen wir mal hier oben noch mit rein. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir uns den ganzen Aufbau nicht wieder durcheinander bringen. Ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, keine Frage. Dann hängen wir hier unser Sushi noch nach oben. Dann müsst ihr euch mal so ein bisschen hin drapieren, wie es euch am besten gefällt. So, ich würde mal so sagen, so sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Das heißt, ganz wichtig, dass wir das ganze Sushi, was wir jetzt hier haben, das muss auf einer einzigen Ebene sein. Tja, und dann könnt ihr das nächste Foto machen. Wichtig ist jetzt, hier tatsächlich das nächste Foto zu machen mit all den Sushis. Als nächstes möchte ich natürlich noch die Sojasauce. Die sollte jetzt hier nämlich zwischen den Sushi-Teilen quasi runterrauschen. Auch das können wir ganz einfach machen, indem wir das Sushi dann hier drüber gießen. Und auch da machen wir dann noch ein Foto. Warum habe ich es jetzt nicht gleich schon rüber gegossen? Naja, ich hätte gerne ein Foto, wo das Sushi hier tatsächlich noch ziemlich clean ist. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich anfange, hier Sojasauce rüber zu gießen, dann wird es tropfen. Und da habe ich nur noch einen Versuch. Denn wenn das Sushi erstmal, tja, voll mit Sojasauce ist, dann ist es voll. Deshalb macht erstmal vielleicht auch ein oder zwei Fotos noch zusätzlich, bis euch das Ganze vom Setaufbau gefällt. Und dann macht ihr ein weiteres Foto und gießt dann quasi die Sojasauce hier drüber. Ja, und all diese Fotos, die wir jetzt fertig haben, die nehmen wir jetzt und mit denen gehen wir rüber an den PC und werden das Ganze final bearbeiten. Für die finale Bildbearbeitung habe ich jetzt Photoshop geöffnet. Ihr könnt natürlich auch eine andere Bildbearbeitungssoftware nutzen, solange ihr verschiedene Fotos in unterschiedlichen Ebenen übereinander stapeln könnt, so wie ich das hier auf der rechten Seite bereits getan habe in Photoshop. Das ist jetzt also mein Grundbild, mein Ausgangsbild, was wir hier ganz unten haben. Als nächstes haben wir natürlich das Foto gemacht, indem wir Sushi, ihr seht es hier, ja, auf den Holzstäbchen drapiert haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir einmal einen Hintergrund haben, wo nämlich keine Essstäbchen sind, denn das erleichtert uns die Nachbearbeitung. Hier die Ebene, die wir jetzt eingeblendet haben mit den Essstäbchen. Jetzt können wir nämlich ganz einfach einen Radiergummi nehmen und unser Essstäbchen hier weg aus dem Bild radieren. Das Ganze habe ich schon mal vorbereitet, habe es mal ganz sauber rausradiert und schon sind sie von Zauberhand verschwunden. Grundvoraussetzung ist natürlich einmal den Hintergrund, ohne jegliche störende Elemente fotografiert zu haben. Als nächstes haben wir ja noch die Sojasauce verwendet. Das Ganze sah dann so aus und auch hier können wir jetzt ganz großzügig natürlich wegradieren. Auch das habe ich schon vorbereitet und dann sieht unser nächstes Foto so aus. Ihr seht, ich habe auch hier das Sushi aus dem ersten Foto genommen, denn man muss die Ebene mal einblenden, dann seht ihr, das Sushi hier natürlich von der Soja-Farbe bereits ein bisschen eine Verfärbung angenommen. Die will ich aber nicht haben und deswegen nutze ich ausschließlich das Soja beziehungsweise das Sushi natürlich aus der drunterliegenden ganz ersten Ebene. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe beim Fotografieren. Das hat den Vorteil, dass wir zuerst das Sushi ohne jegliche Verfärbung fotografiert haben. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr Sojasauce hier am Rand drüber kleckern lassen. Ihr seht es jetzt auch hier unten, so wäre das Foto natürlich nichts geworden. Das habe ich euch gesagt. Deswegen ist es wichtig, das Sushi so zu fotografieren, dass es natürlich unbeeinflusst von dieser Sojasauce ist. Ja, und auch hier können wir natürlich ganz einfach das Ganze herausradieren. Hier, gleiches Prinzip. Auch hier können wir rumradieren. Da seht ihr, da kommt das Sushi zum Vorschein. Auch das habe ich schon mal gemacht. Und dann wäre das mein finales Bildergebnis. Hier auf der Seite habe ich einfach nur die Sojasauce belassen, die mir nützlich fürs Bildergebnis war. Tja, und das ist es dann. Fertig unser Foto mit ein bisschen Nacharbeit und eigentlich im Grunde ja nur radieren. Ich kann es euch nochmal zeigen. Hier sind natürlich nur die Essstäbchen und die wurden herausradiert, ihr Lieben. Ihr seht also, ziemlich einfacher Setaufbau. Wenig Mittel, zwei Leuchtmittel, bisschen Sushi, paar Holzstäbchen und zack, kannst du ein tolles Foto zaubern. Tja, und das Beste an solchen Fotos ist ja, dass man zum Schluss zum Beispiel das Sushi auch noch essen kann. Und das gefällt mir ja an diesen Fotoideen eigentlich immer am besten. Tja, ihr Lieben, vielleicht hast du ja auch schon mal solch ein Foto umgesetzt. Schreib es mir doch mal gerne unten in die Videokommentare. Was hast du fotografiert? Und vielleicht hast du ja schon so ein tolles Foto zum Beispiel auf Instagram. Dann markiere mich doch mal in einem dieser Fotos und ich schaue sie mir an und poste sie dann in meiner Story. Tja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein zur kreativen Fotoidee. Macht es gerne mal nach, wenn es bei euch zum Beispiel auch regnet und stürmt draußen. Tja, und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wenn euch die kleine Vorstellung, die Erklärung gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. So, ihr Lieben, und ich lasse mir jetzt mein Sushi schmecken.